Ich zeige euch mal wie man einen Schiefer schnell und einfach ins Dach laborieren kann. Also wir schieben den Schiefer rein. Dann nehme ich einen Bohrer, passend zu den Nieden, und bohre hier unten. Du hast zwei Schieferplüssen rum. Das war die erste Nieder. Jetzt gucken wir hier oben nochmal. Geht doch bloß durch zwei Schiefer. Dann ist der Schiefer fest. Gut, das war's. Danke, tschüss.